Ja, die wohl wichtigste Nachricht des Tages ist, dass ein Wirtschaftsweiser, nämlich der Professor Achim Truger, bei Thilo Jung, jung und naiv sozusagen, getalkt hat. Und inhaltlich wird da vielleicht auch in den nächsten Tagen noch mehr davon kommen, aber Wirtschaftsweiser ist deswegen interessant, weil das einerseits ja unsere Konkurrenz ist. Also hier Next Scientist for Future vom Weltrat, Weltrat der Weisen und die sogenannten Wirtschaftsweisen, die ja heißen Sachverständigenrat, so und so. Ja, aber man nennt sie ja im Volksmund die fünf Wirtschaftsweisen sozusagen. Und der Professor Achim Truger ist der, den auch sozusagen, wo auch eine Empfehlung der Gewerkschaften sozusagen erfolgt ist. Und der hat wenigstens so einen gewissen Abstand sozusagen zum Neoliberalismus, zum freien Markt, um das freien Markteswillen und so weiter. Ja, also insofern und deswegen haben wir ihn natürlich dann auch sofort sozusagen eingeladen in unsere Talkshow Demokratie pur und so weiter. Und da wäre natürlich schön, wenn man da mal in ein konstruktives Gespräch zwischen den Professorinnen und Professor Achim Truger kommen würde. Die anderen dürften zu neoliberal sein, um dann überhaupt mit uns sprechen zu wollen, weil wir dann ihr Weltbild natürlich zu sehr zerstören müssten. Also Schluck Wasser. Ich kann ja gerade mal sagen, wie sieht denn die Zerstörung des Weltbildes aus? Ich mache es mal am Beispiel der Corona-Krise. Also der erste Früharzt der Evolution sagt, ach nein, also sozusagen, wenn ihr euch gesund ernährt, naturbelassen, Obst, Gemüse und so weiter, ja. Und alles naturbelassene, dann habt ihr so starke Immunsysteme, da braucht ihr euch für kleinsten Tierchen oder irgend sowas, die man dann später Viren und Bakterien genannt hat, braucht ihr euch nicht zu fürchten. Da ist keine Gefahr sozusagen. Und dieser Früharzt sagt, der ist der erste, der sich irrt unter Marktbedingungen und Markt- und Arbeitsteilungsbedingungen. Und der sagt, nein, also ihr könnt ruhig das moderne Denaturiertzeugs genauso essen, das ist genauso gesund, ihr sozusagen, nein. Aber diese Viren und Bakterien sind immer Killer und sind total gefährlich. Die sind wie Raubtiere und da müsst ihr Angst davor haben. Und nur ich kann euch da helfen und ich kann euch dann die richtigen Sachen verkaufen, Impfungen, Tests, Bestrahlungen, Chemotherapien, Operationen und so weiter, ja. Also das verkaufe ich euch dann, Antibiotika und so weiter. Ja, und das ist natürlich derjenige, der macht natürlich ein Riesengeschäft. Die Leute ernähren sich dann nicht mehr gesund, werden anfällig für Krankheiten, haben schwache Immunsysteme und er kann verkaufen und verkaufen und verkaufen. Man kann hier zwei Kinder ernähren, drei Enkel, zwei Urenkel. Das heißt also, Markt ist der Killer schlechthin. Markt führt dazu, dass in der Evolution, dass nach Markt- und Arbeitsteilung, solange es ungelenkt ist, kommt es also zur Evolution, zur Ausbreitung der gewinnbringenden Irrtümer, der vorteilbringenden und karrierefördernden Irrtümer. Und dadurch werden wir alle zerstört und vergiftet, ja. Ja, werde ich ja nachgleich noch. Also das bedeutet also, dass eigentlich jeder normale Volkswirt natürlich jetzt im Viereck springt, weil er damit, wenn er das verstehen würde, also wenn er die naturwissenschaftliche Volkswirtschaftslehre verstehen würde, würde er sofort wissen, dass er umsonst studiert hat, weil er sozusagen erst als erste Maßnahme erst mal den Markt beenden müsste. Und wie beendet man den Markt sozusagen? Indem man ihn unter ein planwirtschaftliches Dach legt, nämlich zum Beispiel eine Wohlfühlstimme und Gesundheitsdaten als Grundlage für jeden Verdienstzuschlag macht, sodass also hier dieser irrtumsorientierte Früharzt überhaupt keine Verdienstzuschläge mehr bekäme, sondern er müsste sich Wahrheiten besorgen, er müsste sich von seinen gewinnbringenden Irrtümern freimachen. Da würden ihm die Next Scientists for Future helfen, weil sie das gesamte Wissen darüber haben, was alles die Irrtümer, die gewinnbringenden Irrtümer der Medizin sind. Und er müsste eben lernen, durch Lebensstilmedizin die Menschen gesund zu halten. Und dann würde er eben, weil dann nur noch Wahrheiten, sozusagen gewinnbringende Wahrheiten nur noch zählen und karrierefördernde Wahrheiten und vorteilbringende Wahrheiten das Maß aller Dinge sind. Und wenn er zu wenig Wahrheiten hat, dann wird er keine Verdienstzuschläge bekommen und dann wird er pleite gehen. Also das heißt, nur mit einem planwirtschaftlichen Dach wird danach wieder vorsichtig und gezielt, kann dann positiv eingesetzt werden. Aber ohne das planwirtschaftliche Schutzdach ist sozusagen Markt der große Killer von allem. Die soziale Marktwirtschaft ist der Killer, der uns alle vergiftet. Naja, da kommen wir gleich nochmal zu. Ja, ich gehe mal so einfach ein bisschen weiter, so ein paar Nachrichten weiter. Aber wir haben ja schon mal die Grundlage gemacht. Markt und Arbeitsteilung sind der Killer von allem. Erst durch ein planwirtschaftliches Schutzdach über Markt und Arbeitsteilung können wir sozusagen weiterreden. Ja, die Gemeinwohlökonomie, ich habe jetzt nochmal so alles gelesen, was so auf die Schnelle greifbar ist an vernichtenden Kritiken über die Gemeinwohlökonomie. Das sind im Prinzip die gleichen Punkte, die ich auch selbst immer genannt habe, warum die Gemeinwohlökonomie uninteressant ist. Sie ist auch schon praktisch in den Kritiken abgehakt und sie antwortet auch nirgends auf diese Kritiken sozusagen, sondern ignoriert sie einfach, verhält sich da wie eine Sekte sozusagen, die so ihr Business weitermacht, aber geht gar nicht darauf ein, dass ihre Form der Bilanzierung von so viel Vermutungen und Wahrheiten und Abschätzungen getragen ist, dass es wahrscheinlich eine riesige Prozessflut und einen riesigen Streit darüber geben wird, wir haben ein paar Punkte zu wenig bekommen, die anderen haben ein paar Punkte zu viel bekommen und wenn davon Milliardenbeträge abhängen, wird es da unendlichen Streit geben. Also das ist ein völlig nutzloses Konzept und deswegen auch der Spruch von heute, der Tagesspruch, ach, ach, all diese nutzlosen Organisationen. Also genau genommen, es ist ganz verblüffend, wie viele Organisationen existieren, die behaupten, sie würden irgendwas Gutes für die Gesellschaft tun wollen, aber den größten Schwachsinn und Unfug machen sozusagen. Ich habe gerade heute wieder mit einer absurden Organisation telefoniert, die sowas will, wie dass sie den Bundestag verkleinern will. Also sie will quasi unseren geliebten Milliardärskönigen und unseren Politikkönigen, will sie sozusagen ihre Jobs wegnehmen. Denn was heißt Bundestag verkleinern? Heißt vielen Bundestagsabgeordneten ihren Job wegnehmen und ihr fürstliches Gehalt wegnehmen. Es ist doch klar, dass die sich mit Händen und Klauen und Zähnen dagegen wehren würden. Wir müssen unseren Politikkönigen und unseren Milliardärskönigen etwas Positives anbieten, nämlich dass sie durch die Wohlfühlstimme viel mehr bekommen, als ihnen die Lobbyisten und die Konzerne jemals werden geben können, nämlich viel mehr Gesundheit, viel mehr Langlebigkeit und viel, 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 viel mehr Lebenslust und Lebensfreude. Und nur so können wir irgendeinen Wandel erzeugen. Und diese nutzlose Organisation, die verfolgen das absurde Ziel, den Bundestag zu verkleinern. Ich wette, er wird höchstens größer werden und die Diäten werden höchstens höher werden, aber nicht niedriger. Dafür würde ich 1000 Euro wetten, dass es genau so kommen muss. Und da wollen wir auch gar nicht rangehen, weil wir wollen doch nicht etwas Sinnloses versuchen. Aber all diese nutzlosen Organisationen versuchen das natürlich. Ja, dann, angeblich berichtet ein Internet-Sendung, gäbe es schon am 12. März, also deutlich vor den Lockdowns, schon Spuren von Corona im Barcelona-Abwasser, also in Spanien im Abwasser. Ja, das würde bedeuten, dass eben das Virus eben nicht aus China stammt, sondern vielleicht in ganz anderen Teilen der Welt schon vorher aufgetaucht war und sich dann über die Welt ausgebreitet hat, eventuell von Barcelona aus. Aber wie gesagt, kann ich natürlich nicht belegen. Schluck Wasser. Sarah Wagenknecht hat im Bundestag natürlich wieder ihren üblichen Umverteilungsspruch geäußert. Ja, also dieses Raustreiben der Reichen, der arbeitsplatzschaffenden Unternehmer und so weiter aus Deutschland, indem sie eben sagt, ja, am Ende landet wieder zu viel Entschädigung bei Corona-Entschädigung bei den Reichen. Ja, aber warum denn nicht, wenn die Reichen sozusagen sehen, dass sie es in anderen Ländern besser haben, dann wandern sie ab, nehmen ihre Arbeitsplätze mit und Europa ist völlig zerstört. Also von daher vorsichtig mit diesen Umverteilungsideen, ja. Ja, ja, dann bei den Corona-Toten, ja. Also Bonnelli, Raphael Bonnelli in seiner Sendung hat neue Daten geliefert von seinem 007 der Daten sozusagen. Und ja, in Japan seien viel weniger Corona-Tote als in den Lockdown-Ländern. Also Japan hätte praktisch keinen Lockdown und ganz viel weniger Corona-Tote als in den Lockdown-Ländern. Auch in Afrika und in China und in Japan seien ganz, ganz wenig Tote. Man denkt ja immer, weil über China so viel berichtet würde, da gäbe es so viele Tote. Nein, es gibt ganz wenige Corona-Tote. Aber vielleicht auch deswegen, weil natürlich Corona-Tote erst durch die Interaktion mit einer starken Medizinindustrie entstehen. Weil es muss ja ein Arzt erst einmal bei jemandem, der mit Corona gestorben ist, ja erst mal erklären, dass hier angeblich die Haupttodesursache Corona sei. Ja, und das heißt, vielleicht haben die deswegen auch wenig Tote in den Statistiken sozusagen, weil sie wenige Ärzte haben und dadurch wenige westlich-medizinische Diagnosegewohnheiten sozusagen aus jedem, der mit Corona gestorben ist, dann gleich einen Voll-Corona-Toten zu machen, der als quasi, als ob er als einzige Todesursache Corona gehabt hätte. Also wir müssen bei allem immer bedenken, diese Interaktion, wo ist die Medizinindustrie stark und sorgt aufgrund ihrer Stärke dafür, dass sehr viele Menschen als Corona-Tote eingestuft werden, die vielleicht, bei denen das Corona allerhöchstens ein, das letzte Tröpfchen waren, dass das fast zum Überlaufen gebracht hat, das Sterbefass. Ja, dann Dr. Michael Spitzbart hat sich im Internetfernsehen geäußert auch, ja auch ähnlich geäußert, je härter der Lockdown, desto mehr Tote sozusagen und dann muss man sich klar sein, ja die Wellen, also es wird ja jetzt sogar schon von der dritten Welle gesprochen, die Wellen kann man über die Tests ja jederzeit künstlich erzeugen. Man braucht ja nur die Testzahl hochzufahren und da man ja in Tagesschau und heute nirgends die Zahl der Tests erwähnt, kann man ja jederzeit die Zahl der Infizierten, also derer, die in irgendeiner Form irgendwann mal Kontakt mit Corona oder ähnlichen Viren gehabt haben, die kann man ja jederzeit hochfahren. Man muss ja nur einfach unerkannterweise ein paar Millionen Tests durchführen und schon hat man seine Welle und dann hat man immer recht, ne. Also für die Politiker kein Problem, die können sich jetzt sozusagen immer selbst Wellen schaffen, so wie sie sich ja jetzt Outbreaks schaffen, also Ausbrüche schaffen, Ausbrüche von Leuten, wo man, wo dieser Test positiv anschlägt, ohne dass auch nur ein einziger krank ist dabei, ja. Ja, also angeblich gibt es dann auch irgendwo den einen oder anderen Corona-Toten, aber ich glaube 99 Prozent derer, die da als Test positiv, als Infizierte beschimpft werden, sind wahrscheinlich nicht eine Spur krank gewesen, ne. Ja, ja, dann müssen wir uns nochmal grundsätzlich überlegen, also zur Gefährlichkeitsüberschätzung, das habe ich ja eben schon genannt, das hatte ich ja eben schon gemacht, dass eben Markt- und Arbeitsteilung zwangsläufig in der Evolution des Gesundheitswesens zu gewinnbringenden Irrtümern führen müssen, die die Gefährlichkeit von Viren und Bakterien grundsätzlich überschätzen müssen und lassen, ich denke, das ist die einzige zentrale echte Ursache für dieses Ganze, für diesen ganzen Corona-Hype, nämlich, dass eben die Grundproblematik von marktwirtschaftlicher Medizin ist, dass immer Gefährlichkeitsüberschätzung, das ist wie Klappern, das gehört zum Handwerk, sozusagen, Klappern gehört zum Handwerk, Gefährlichkeitsüberschätzung ist das Zentralelement der gewinnbringenden Irrtümer einer marktwirtschaftlichen Medizin und deswegen ist dieser Fehler auch einfach zwangsläufig, ja, und dieser Irrtum auch zwangsläufig, weswegen wir ja die Marktwirtschaft beenden müssen, zum Beispiel mit der Wohlfühlstimme als neue Wahlstimme. Ja, und dann müssen wir uns nochmal klar sein, letztlich ist die Intelligenz zentral für die Abwehrfähigkeit, die Abwehr oder die Wehrfähigkeit, ja, der Exporterfolg ermöglicht das Zukaufen modernster Waffentechnologie. Deswegen haben wir derzeit noch einen Zwang zur Leistung, überall wird geredet von 20-Stunden-Woche, das wäre schön, wir müssen irgendwann auf eine drei Tage, drei Stunden pro Tag, nein, drei Stunden pro Tag Arbeit ist der Naturzustand, aber solange noch ein kapitalistischer Staat in der Welt ist, geht das noch nicht, ja, denn das wäre Selbstmord. Dazu passt, dass ich so viele Western schaue, da wird mir jeden Tag vor Augen geführt, wie es nämlich läuft hier. Das waren die nordamerikanischen Indianer, ja, sozusagen. Und das hier war Europa, das war Nordeuropa, Südeuropa, ja, und so weiter. Oder das war Afrika, ja, und da aus Afrika haben sich dann die Südstaaten ja irgendwie ihre Sklaven geholt, ja. Und dadurch haben sie dieses Multikulti-Problem in den USA bekommen und diesen ewig schwelenden, unendlichen Krieg, der ja also zeigt, dass es möglicherweise nicht so clever ist, sozusagen Multikulti zu erzeugen, Parallelgesellschaften zu erzeugen, dass das doch keine gute Idee ist, sozusagen. Aber hier, dann haben wir hier sozusagen vielleicht, ja, Nordchina, dann die südlichen Asiatischen, dann vielleicht hier Australien, ja, Australien und, ja, hier Nordeuropa, da wären auch die Engländer mit dabei und so weiter, ja. Und wenn wir das mal so als Bild nehmen, ja, und dann war hier die nordamerikanischen Indianer, ja. Und die haben gemütlich gelebt und weil die eben sozusagen nur sehr wenig Marktwirtschaft hatten und sehr wenig Arbeitsteilung hatten, hatten die natürlich sozusagen noch nicht diese kranke Vorstellung davon, dass man jederzeit angegriffen werden kann und erobert werden kann, sondern die lebten noch so, dass eigentlich man im Wesentlichen im Frieden war, auch wenn es wohl unter den Indianern auch dann durch die Waffenhändler dann auch schon, also die Händler für Pfeil und Bogen und so weiter, also die ersten arbeitsteiligen Prozesse, auch dort schon zum kriegerischen Ansatzweise gekommen war unter den Indianern. Aber sozusagen die Tatsache, dass also hier die Nordeuropäer und Mitteleuropäer und so weiter und dann sozusagen hingehen könnten und sie alle abschlachten würden und sie mit überlegener Waffengewalt einfach zusammenschießen würden ohne Rücksicht drauf und also Völkermord begehen würden, das hatten die Indianer nicht auf dem Schirm. Und das haben auch viele naive Linksradikale auch nicht auf dem Schirm, dass es dann vielleicht auch umgedreht gehen könnte, dass nämlich jetzt die Nordamerikaner dann vielleicht Europa als die nordamerikanischen Indianer betrachten könnten irgendwann und sagen könnten, jetzt schlachten wir mal Europa ab. Vielleicht nicht die Briten, weil sie mit denen noch dann besser verbandelt sind, aber so das Kontinentaleuropa könnte man ja mal abschlachten und besetzen. Oder die Chinesen könnten sich erbarmen, uns abzuschlachten. Und deswegen brauchen wir Intelligenz. Und wo kriegen wir Intelligenz her? Wir zerstören gerade die Intelligenz. Wir machen das ganz clever. Wir haben ja schon in den letzten 30.000 Jahren hier, haben wir ja schon 150 Milliliter Gehirnvolumen verloren, also weil wir zwei Dinge machen. Wir vergiften unsere Gehirne, ja, durch die krank machen, durch die giftige Ernährung, ja. Und wir sorgen dafür, dass sozusagen die, wo sind sie, dass die Fägen immer weniger Kinder bekommen und die Unfägen massenhaft von Kindern bekommen, weil wir die Ideologie haben, die antiwissenschaftliche Ideologie. Alle Menschen seien gleich intelligent. Und dieses Märchen glauben viele. Und dadurch sehen sie nicht, dass wir ganz gezielt Bevölkerungspolitik machen müssen, dass wir von den Fägen wieder viele Kinder oder einige Kinder bekommen müssen. Und hier idealerweise gar keine, so wie es auch im Bonobo-Kommunismus der Fall ist, sozusagen, also man darf also nie versuchen, einen noch kommunistischeren Lebensform aufzubauen, als der Bonobo-Kommunismus, wo Leistung zählt, wo die Fähigsten, die Väter fast aller Kinder in der Kommune sind und so weiter. Und mehr geht nicht. Und unser Versuch sozusagen, noch kommunistischer zu sein, nämlich indem wir sagen, nein, die Armen sollen ruhig 30 Kinder bekommen und sollen noch ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen, wo sie dann für 30 Kinder auch 30.000, die Mütter dann über 30.000 Euro verfügen können, die sie sozusagen und so weiter. Also Prämien fürs Kinderkriegen der Ungebildeten und Unqualifizierten und Unintelligenten. Das ist unser Selbstmordprogramm. Und dadurch haben wir eben schon zusammen mit den Vergiftungen schon 150 Milliliter Gehirnvolumen verloren. Und aber uns mit Defensivabwehrraketen sozusagen schützen können, davor, dass wir behandelt werden wie die nordamerikanischen Indianer, dazu gibt es nur einen Weg. Wir brauchen Denker, denn nur Denker können erstens selbst in der Waffentechnologie forschen und defensiv abrüstungsfähige, rein defensive Abwehrminiraketen zum Beispiel erforschen. Vielleicht liegt die Lösung ganz woanders. Ich will damit nur eine erste Anregung geben, wo vielleicht die Lösung liegen könnte. In einem stationären Abwehrraketenriegel mit Bauterminiraketen, die wie Nadelstiche jedes anstürmende Objekt sozusagen an der Grenze abschießen sozusagen. Und das würde dann bedeuten, dass also Nordeuropa geschützt wäre durch solch einen Ring an Abwehrraketen oder Deutschland alleine. Und dafür brauchen wir ganz intelligente Techniker intern und wir brauchen auch noch sonst ganz intelligente, leistungsfähige Leute, die leider noch ein bisschen länger arbeiten müssen als die täglichen drei Stunden am Tag. Nämlich die müssen dann Produkte haben, die sie in die Welt verkaufen können. Denn wenn hier in Nordchina irgendwelche neue Waffentechnologie entwickelt wird, dann muss man die sofort kaufen können von Europa aus, muss die dann analysieren, muss selber weiterentwickeln und so weiter. Und dazu braucht man das Geld eben oder manche Technologien, die man dann vielleicht nicht analysieren kann, die muss man dann eben, was weiß ich, hier aus Australien kaufen und muss damit seine Raketenabwehrtechnik verfeinern. Und leider stehen wir unter diesem Evolutionsdruck, solange noch ein einziger kapitalistischer Staat außerhalb Europas, außerhalb Deutschlands existiert, müssen wir noch auf der Hut bleiben. Weil dieser eine Staat wird dann der sein, der Europa abschlachtet und erobert und als nordamerikanische Indianer betrachtet und keinerlei Skrupel haben wird, einen Völkermord zu begehen. Denn diese ganzen Lippenbekenntnisse von Menschenrechten und so weiter, das ist alles sofort vergessen. Das zeigt jeder Western, zeigt einem, wie innerhalb von Sekunden sozusagen am Ende doch wieder die Indianer abgeschlachtet werden. Egal, welche moralischen Bedenken man da für fünf Minuten mal hat, weil man sich erkennt als Völkermörder. Na ja, aber dann wird das trotzdem am Ende sind doch letztendlich immer die Indianer tot. So ungefähr. Bis auf ganz wenige Ausnahmen. Und deswegen müssen wir unsere Intelligenz erhöhen. Wir haben bis jetzt alles dafür getan, unsere Intelligenz zu senken und das müssen wir ändern. Und deswegen nochmal solche Kernsätze wie hier. Ja, die soziale Marktwirtschaft ist also ein Giftmörder. Das müssen wir uns nicht mal klar machen. Ist also ein Killer, ein Giftmörder. Stellen Sie uns vor, es würde ein Mörder hingehen, ein Giftmörder. Und wir reden immer so beschönigend davon. Ja, wir reden so beschönigend davon. Ja, wir reden so beschönigend davon, dass man durch die Zuckerwaren im Supermarkt oder durch andere Produkte, dass man da Diabetes als Krankheit bekommt. Ja, das ist beschönigend. Oder dass man sozusagen Herzinfarkt als Krankheit bekommt. Oder dass man Krebs als Krankheit bekommt. Formulieren wir es doch mal weniger beschönigend. Sagen wir doch mal, nein, die soziale Marktwirtschaft ist ein Giftmörder, der uns mit Gift so lange füllt, bis wir Vergiftungserscheinungen bekommen, die dann wir beschönigend als Krebs bezeichnen oder als Diabetes oder als Herzinfarkt bezeichnen. Aber es sind in Wirklichkeit Vergiftungsfolgen. Machen wir uns also klar, die Marktwirtschaft, die soziale Marktwirtschaft, das ist wie so ein russischer Geheimdienst-Giftmörder mit Metallium oder wie diese Gifte alle heißen, die uns schleichend vergiften mit leisen Dosen von Arsen und irgendwann geht unser Körper unter diesen Giften halt kaputt. Das ist die Wahrheit. Und wir sterben deswegen wegen dieses Giftmörders, sterben wir mit 80 statt mit 127 und wir werden schon krank mit 47 anstatt gesund mit 127 zu sterben. Wir verlieren also 80 gesunde Lebensjahre und wir verlieren insgesamt 47 normale Lebensjahre durch den Killer soziale Marktwirtschaft. Und das ist eigentlich die einzig realistische Formulierung. Also wir müssen sprechen von sozialer Marktwirtschaft als Giftmörder. Und ihr selbst als Zuschauer könnt entscheiden, wie viel Prozent als Giftmörder davon die Medizinindustrie mit ihren Chemotherapien ist und wie viel davon die Ernährungsindustrie mit ihren Giften ist. Also es ist sozusagen, und die Logik ist ganz einfach, es ist einfach viel billiger, also wo sind wir? Andere Ende wahrscheinlich. Ja, es ist viel billiger, also sozusagen zum Beispiel Zucker zu verwenden und eben zu verschweigen, dass Zucker ein schleichendes Gift ist, das die Körperzellen zerstört und Körperteile zerstört sozusagen, sondern es ist sozusagen, wenn man viel Geld hat, weil man viel verkauft, kann man die Gesellschaft so lange beeinflussen, dass Zucker eben nicht als Gift gilt, so ähnlich wie auch über Jahrzehnte hinweg, Tabak und Nikotin und Zigaretten und so weiter nicht als Gift galten, bis dann allmählich man irgendwie es geschafft hat, dass immerhin jetzt Zigaretten so als Gift gelten, auch wenn die Tabakindustrie sich immer noch gut im Umsatz hält trotzdem. Ja, aber auch so, also insofern ist es also so, dass unter Bedingungen von Markt- und Arbeitsteilung ohne planwirtschaftliches Dach zwangsläufig, also lauter billige Substanzen, die in Wirklichkeit schleichende Gifte sind, aber billiger sind in der Herstellung, einfach zur Herstellung billigerer Produkte führen und da die Giftwirkung langsam und schleichend ist, fällt das nicht größer auf und stört auch nicht größer den Umsatz, weil die Leute ja nicht sofort tot umfallen, sondern eben noch massig Kinder in die Welt gesetzt haben, die dann auch wieder süchtig nach diesen giftigen Produkten geworden sind und ja, und dadurch läuft das Spiel immer weiter. Also Markt ist nicht fähig, dieses Ding zu stoppen, ja, sozusagen. Ja, denkt mal in diesem neuen Modell. Es handelt sich, alles im Marktwirtschaftlichen entwickelt sich zu Giftmördern und die töten uns. Denkt nur an die Autoabgase, da werden wir da über die Autoabgase von Giftmördern getötet, sozusagen, oder durch Umweltgifte, da werden wir da über Gifte vergiftet und getötet und so weiter. Natürlich gibt es noch mehr als Giftmord, aber sagen wir mal so, der Giftmord hat bestimmt einen riesigen Anteil an unserer vorzeitigen Sterblichkeit und verfrühten Sterblichkeit. Ja, dann war wieder ein Gemeinwohl-Ökonomie-Vortrag. Ja, ich habe es ja schon erwähnt, dass diese vernichtenden Kritiken ja alle nicht beantwortet werden und die GWÖ sich doch nicht sehr rege. Wir hatten einen Gast in der Talkshow, aber sie stellt sich eigentlich offensichtlich der Kritik an ihren Konzepten nicht wesentlich. Und ja, diese Sachen verhalten sich eben doch alle wie Sekten. Ja, und er spricht bei dem Vortrag von Zufriedenheit. Das wäre ja dann die Wohlfühlstimme, aber das fehlt eben dieser entscheidende Schritt, dass man, aber und er zeigt eben richtig auf, dass die Zufriedenheit nicht angestiegen ist zusammen mit dem BIP, aber das ist schon lange bekannt, das eher gefallen ist. Also wir werden immer reicher, aber werden immer unglücklicher. Und das so etwas kann eben nur die Wohlfühlstimme messen. Eine Zufriedenheitsstimme wäre ja das gleiche wie eine Wohlfühlstimme. Aber dieser einzige Sprung fehlt, also einfach zu sagen, nee, wir müssen von einer labbrigen Gemeinwohlbilanz mit labbrigen Pseudopunkt werden, müssen wir zu den knallharten Daten einer Wohlfühlwahlstimme und einer Gesundheit und Gesundheitsdaten zu knallharten Zahlen diesbezüglich, die unverrückbar sind und wo man wirklich dann ein neues Wirtschaftssystem draufhängen kann sozusagen. Ja, und der Staat insgesamt, ja kann man sagen, im Moment ist der Staat, gebärdet sich im Moment einfach als williger Sklave von Big Pharma. Ist einfach so und ist nicht abänderlich, weil der Aberglaube ist, Experten in der Marktwirtschaft seien nicht gefährlich. Also wir von den Next Scientists for Future sagen, nein, Vorsicht, Normale Experten innerhalb der Marktwirtschaft tragen ihre gewinnbringenden, vorteilbringenden und karrierefördernden Irrtümer in sich und sind deswegen brandgefährlich. Also vertrauen Sie, seien Sie ganz vorsichtig mit der Wahl Ihrer Experten. Bei den Next Scientists for Future.de finden Sie nur Experten, die reflektieren können, ihre eigenen, in ihrer Ausbildung erworbenen, gewinnbringenden, karrierefördernden und vorteilbringenden Irrtümer und sich von denen mehr oder weniger vollständig freigemacht haben, freigearbeitet haben sozusagen. Ja, also und dann, ja, also man könnte sagen, im Moment ist es so, zum Beispiel werden die Tennisspiele angegriffen, ja, jetzt dieser Zverev wurde angegriffen und so weiter, Djokovic wurde ja schon zur Sau gemacht, weil die eben Partys feiern und weil die eben alle merken, ja, also Corona ist gar nicht gefährlich für sie und sie vielleicht auch nicht den Sinn darin erkennen, dass wenn sie jetzt leiden oder etwa auf etwas verzichten, dass dadurch wirklich faktisch, konkret, ältere Menschen gerettet würden, die vor einem Killer-Virus, also offensichtlich sind die auch nicht überzeugt, die Tennisspieler, dass es wirklich so wäre, dass dieses Narrativ, was da erzählt wird, ja, wenn ihr Tennisspieler jetzt auf eure Partys verzichtet, dann führt das dazu, dass weniger Alte sterben müssen, unnötig sterben müssen, ja. Dieses Narrativ habe ich ja gestern schon in Frage gestellt, das scheint ja nicht so zu sein, dass es da wirklich eine direkte Beziehung gibt, ja gut, aber wenn, dann müsste man da wirklich den Alten völligen Freiraum gehen und die Jungen ins Gefängnis sperren, dann geht allerdings die gesamte Wirtschaft kaputt und darunter leiden dann auch die Alten. Auch leiden sie darunter, wenn ihre Enkel arbeitslos werden, da leiden sie dann nämlich psychisch, ne, und so weiter, ne. Na gut, wie dem auch sei, das wollen wir mal offen lassen, wie das sein soll, aber, und unglaublich ist es, dass es im Moment so einen richtigen Testgeschäftsterror gibt, ja, da am Frankfurter Flughafen, da wird so eine Abzockstelle, wurde eingerichtet, ja, wo die Leute abkassiert werden und wenn sie aus der Testhysterie herausfolgen oder wenn sie überhaupt schneller einreisen wollen und eine Quarantäne umgehen wollen, müssen sie Tests kaufen, ne. Ist doch wunderbar, wie marktwirtschaftlich das wieder funktioniert, wie das Milliardengeschäft funktioniert. Und tatsächlich läuft immer noch lauter weiter dieser Traum von, davon Milliarden Menschen zu impfen, das läuft immer noch voll weiter. Also der Staat als Sklave von Big Pharma und Big Impfindustrie und Big Testindustrie und angeblich ist ja der Kollege von Professor Trosten, kassiert ja hunderte von Millionen jetzt durch die Testverkäufe. Und immer nur weiter mit der sozialen Marktwirtschaft, bis wir alle vergiftet sind, ne. Ja, immer nur schön weiter mit der sozialen Marktwirtschaft, ja. Ja, also das war es schon wieder und jetzt wieder, ach, ach, nee, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Jetzt wieder schön hier, wieder unsere Liste, also wieder durchlesen. Also, wir kritisieren wegen ihrer gefährlichen Irrtümer alles diese Personen hier und Gruppierungen hier, aber, dass wir sie überhaupt erwähnen, ist auch ein Lob, weil alles andere, was nicht in dieser Liste ist, wir für so daneben halten und so realitätsfern, dass wir es noch nicht mal mehr erwähnen, wie zum Beispiel diese ganze den Esospiro-Psycho-Unsinn und so weiter. Sowas erwähnen wir gar nicht mehr, weil das überhaupt keine Rolle für das Leben der Menschen spielt. Also lesen Sie sich das wieder durch hier, von oben bis unten, diese beiden Seiten, ja. Dass diese Leute tragen alle gefährliche Irrtümer, aber auch die eine oder andere Wahrheit, weswegen wir sie überhaupt noch erwähnen. Ja, bitte noch mal lesen. Also wieder einerseits Warnung vor all deren gefährlichen Irrtümern, andererseits auch Warnung vor allem anderem, was hier nicht drauf steht, weil da noch viel mehr gefährliche Irrtümer drin sind, ja. Und wie gesagt, noch mal das Entsetzen über all diese nutzlosen Organisationen, wo auch der Staat offensichtlich Milliarden Gelder in irgendwelche Leute, die nicht bis drei zählen können, in irgendwelchen Organisationen investiert, die mit so absurden Ideen kommen, wie den Bundestag zu verkleinern. Also wenn das klappen würde, dass die Politiker sich ihren eigenen Job wegnehmen lassen würden, die Politikkönige sozusagen, dann fresse ich wirklich einen Besen. Das würde dann all meiner wissenschaftlichen Erwartungen widersprechen. So, dann war es das mal wieder für die jetzige wissenschaftliche Tagesschau heute. Bis bald. Tschüssi. 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 Tschüssi.